Yo meine Freunde, was geht ab? Hallo und herzlich willkommen zu eins meiner weiteren Videos. Heute möchte ich mit euch über die Lapa sprechen, die ja vor einigen Tagen ins Spiel eingefügt wurde. Wir werden uns in diesem Video anschauen, wie stark ist sie eigentlich, was ist so der Grunddamage, in welchen Situationen eignet sie sich sehr gut, wo eher weniger und ist es potenziell die neue Meta-Waffe, die jeder spielen wird. Zusätzlich schauen wir uns die ganze Thematik mit den Aufsätzen an. Das ist bei der Lapa wirklich relativ interessant, weil man da unterschiedliche Varianten spielen kann. Wahrscheinlich werde ich euch hier so an der Zahl drei Stück zeigen. Klar, die unterscheiden sich jetzt nur immer mit ein, zwei Aufsätzen, aber je nach Spielstil kannst du dann auf die passende Lapa-Klasse zurückgreifen. Gerade hier bei den Aufsätzen ist es etwas anders als bei den üblichen MPs, weil wir zum Beispiel bei den Läufen unterschiedliche Werte haben, die sonst nicht ganz so gängig sind. Von daher seid auf jeden Fall gespannt, was die Aufsätze so hergeben. Bist du neu auf meinem Kanal, würde ich mich noch riesig darüber freuen, wenn du mich abonnierst und einen Daumen nach oben gibst. Falls du schon getan hast, vielen Dank für deinen Support. Jetzt starten wir auch durch mit den Basiswerten. Die sehen folgendermaßen aus. Wir haben jetzt zuallererst mal eine Feuerrate von 700 Wounds per Minute, machen 49 Schaden in den Kopf, 43 in den Hals, Brust 33, Bauch 31 und Arme und Beine 27. Hier ist schon mal direkt zu erwähnen, dass man die Feuerrate mit einem gewissen Lauf etwas nach oben boosten kann. Den schauen wir uns aber gleich nochmal an. Ansonsten von der Feuerrate her, 700 ist doch schon relativ langsam bis, ich würde mal sagen, normal für eine MP, aber zum Beispiel nicht zu vergleichen mit einer Mac-10, einer CX-9 oder der Fennec. Von den Schadenswerten her ist die Waffe tatsächlich nicht so der größte Hit, bis auf eine kleine Ausnahme. Und zwar, das ist der Hals. Der Halsschaden ist für eine MP doch ziemlich hoch und nur wenn du Halztreffer triffst, auch besser als beispielsweise die MP5 aus Cold War, Modern Warfare oder alle anderen Meta-Waffen, die eigentlich gerade im Einsatz sind. Das große Problem an der Lapa ist eigentlich, dass der Hals, ihr seht es ja selber hier so im hellblauen dargestellt, dass es einfach der kleinste Bereich ist. Also jetzt nur explizit auf den Hals zu zählen, ist natürlich ziemlich kompliziert und wird kaum einer hinbekommen. Klar, Kopftreffer sind auch immer gut. Auch der Kopftrefferwert ist bei der Lapa stark, aber wie gesagt, das Überdurchschnittliche oder das Besondere an der Waffe sind tatsächlich die Halztreffer. Kurz zum Vergleich einmal, bei der OTS, die man normalerweise eigentlich jetzt relativ häufig in den Warzone-Runden sieht, brauchst du insgesamt neun Treffer an den Hals, bis der Gegner umfällt. Bei der Lapa sind es halt nur sechs. Da man halt aber nicht nur den Hals trifft, sondern meistens immer eine gesunde Mischung hat aus irgendwie Oberkörper oder vielleicht auch Unterkörper, dann Oberkörper und die letzten Treffer dann so eher im Hals- oder Kopfbereich landen, ist es mit der Time-to-Kill natürlich ein wenig anders und mit anders war eigentlich tatsächlich auch schlechter. Um es jetzt noch ein wenig deutlicher zu machen, schauen wir uns nochmal die Lapa in Verbindung mit den, ja, neben der OTS am meisten benutzten MPs an. Das ist einmal die MP5 aus Cold War und tatsächlich auch die PPSH. Die beiden habe ich jetzt mal zum Vergleich in das Diagramm hier gepackt. Ganz normal Warzone-mäßig 250 Leben und alle Waffen ohne Aufsätze. Von Grund auf ist das Ganze jetzt hier eingestellt als Brusttreffer, also wir schauen uns gerade die Time-to-Kill zu den Brusttreffern an, wo die MP5 aus Cold War am besten ist, dann kommt die Lapa und zu guter Letzt die PPSH. Ach ja, wir fokussieren uns natürlich nur auf diesen vorderen Bereich, weil das sind ja MPs, unsere Close-Range-Waffen, sage ich mal, und weitere Entfernungen als 10-15 Meter sind eigentlich eher unüblich. Deswegen guckt am besten beim Diagramm etwas weiter vorne. Gerade habe ich schon mal diesen explizit sehr starken Schaden der Lapa im Bereich des Hals angesprochen. Hier sehen wir das Ganze nochmal, wenn ich es umstelle. Neck Damage, also der Halsschaden, mit Abstand am besten die Time-to-Kill von der Lapa. Bei den Kopftreffern sortiert sich das Ganze dann wieder relativ mittig ein. Die MP5 ist besser und die PPSH schlechter. Bei den Bauchtreffern ist die Lapa am schlechtesten und auch leider hier bei den Armen und Beinen. Ihr merkt schon selber, der sehr starke Bereich oder der überdurchschnittliche Bereich ist wirklich der Hals. Kopftreffer sind auch immer gut, bedeutet im Endeffekt, du kannst die Waffe sehr gut benutzen, wenn du im Nahkampf auch ziemlich präzise bist, was Hals- und Kopftreffer angeht. Hat man diese typischen Situationen vor Augen, wo man ja im Nahkampf ist, irgendwie gerade am Hang von einem Berg, den High-Ground hat und runterschießt, wirst du die Gegner innerhalb von Sekunden weglasern. Da hat keiner irgendwie eine Chance, weil von oben triffst du sowieso nochmal eher den Kopf oder den Hals, wodurch die Gegner halt super schnell umfallen. Wenn man jetzt aber realistisch überlegt und die typischen Close-Range-Fights hat, die irgendwie in Häusern oder meinetwegen auch um die Ecke läuft und plötzlich jemanden vor sich stehen hat, ist es natürlich so, dass man doch schon häufig erst aus der Hüfte anfängt zu schießen und dann erst im Nachhinein irgendwie vom Brust- oder Bauchbereich hochgeht Richtung Kopf und Hals. Entsprechend macht es das natürlich auch schwerer, hier das volle Potenzial der Waffe auszuspielen. Das muss jeder für sich selber entscheiden, wie präzise er im Nahkampf ist, wenn du sagst, okay, bei mir gehen alle Schüsse wirklich immer nur in Kopf und Hals, auf jeden Fall die Lapa benutzen, dann hat kein Gegner irgendeine Chance im Close-Combat gegen dich. Bist du aber eher der Typ, der ja massiv aus der Hüfte feuert und tatsächlich eigentlich gar nicht irgendwie ins Visier geht oder kaum ins Visier geht, würde ich dir einfach eine Waffe empfehlen, die ein sehr gutes Hüftfeuer hat, wie beispielsweise die MP5 aus Modern Warfare. Nochmal das Ganze kurz auf den Punkt gebracht. Du wirst also in deinen Zweikampf-Situationen eine Waffe haben, die nicht ganz konstant immer die gleichen Ergebnisse erzielt, weil du hast öfter mal mehr Bauchtreffer mit dabei, öfters mal mehr Hals- und Kopftreffer, aber diese Spanne zwischen Hals- und Kopftreffern, also einer sehr starken oder einer überragenden Time-to-Kill, bis hin zu einer schlechten Time-to-Kill, nämlich in dem Fall, wenn du nur Bauch- oder Arm- und Beintreffer landest, ist halt sehr stark. Also in manchen Zweikämpfen wirst du die Gegner so weglasern, dass keiner eine Chance hat, irgendwie zu reagieren und in anderen Fights wirst du das Gefühl haben, als wenn du mit Plastikkugeln schießt. Kommen wir jetzt zu den unterschiedlichen Aufsätzen und ja, unterschiedlichen Varianten, die ihr so einsetzen könnt. Also zuallererst zeige ich euch die Version, die ich bevorzuge und ich auch am meisten spiele. Meinen Favoritenaufbau dieser Waffe, der folgendermaßen aussieht, also grundsätzlich erstmal die Sachen, die bei allen Versionen immer gesetzt sein müssen eigentlich, das ist einmal hier das maximale Magazin, was geht, das sind die 50 Schuss, dann der letzte Schaft und der Schalldämpfer. Das sind erstmal die Aufsätze, die man auf jeden Fall setzen muss und über die sich eigentlich nicht diskutieren lässt. Als nächstes kommt jetzt der Lauf. Bei dem Lauf würde ich den vorletzten nehmen. Das ist der 7,9er, der euch mehr Schaden und eine erhöhte Feuerrate gibt. Die Nachteile sind natürlich auch gravierend und ja, echt nicht gut, nämlich eure Reichweite wird dadurch verringert und die Kugelgeschwindigkeit wird verlangsamt. Das ist aber noch akzeptabel, weil wir das Ganze ja sowieso eher nur an den Nahkämpfen benutzen werden und deshalb noch gerade so zu verkraften ist. Also mit dem Lauf die verbesserte Feuerrate, grundsätzlich sind ja immer 700 Wounds per Minute bei der Waffe gesetzt, mit dem Lauf hast du dann nochmal einen Boost. Jetzt haben wir noch einen Aufsatz-Slot über, den würde ich mit dem Schleifschalengriff belegen, denn du brauchst ein wenig Beweglichkeit. Um das so ein wenig zu boosten, hast du zwei Optionen, entweder den Schleifschalengriff oder den Tiger-Team-Scheinwerfer. Weil der Tiger-Team-Scheinwerfer noch generell Nachteile mit sich bringt, wie zum Beispiel eine schlechtere Zielstabilität, nutze ich lieber den Schleifschalengriff. So sieht dann meine Version Nummer 1 der Waffe aus. Viele von euch werden sich jetzt mit Sicherheit denken, okay, schön und gut, sieht klasse aus, aber ich habe das Problem, dass ich mit der Waffe durch das Iron Sight eigentlich nichts treffe. Und das Problem haben mehrere. Denn das Visier ist so blöd aufgebaut, dass man halt rechts und links neben dem Scope sozusagen immer noch einen Teil der Waffe hat und generell das Visier oder das Iron Sight echt so dick und groß ist, dass man die Gegner ziemlich schnell verliert. Also ihr scoped an und lauft nach links oder nach rechts oder der Gegner bewegt sich, was halt völlig normal ist, und plötzlich verschwindet er hinter eurem Stallgehäuse der Waffe. Dafür gibt es dann die zweite Version der Waffe, und zwar nehmen wir erstmal die Aufsätze, so wie wir sie eben hatten, und nehmen jetzt den Lauf runter und rüsten dafür dann ein Visier aus. Das Visier könnt ihr natürlich frei wählen, das ist jetzt völlig egal, was ihr nehmen wollt, aber keinen großen, also keinen großen Zoom, weil, wie gesagt, Nahkampfwaffe, und dann siehst du die Gegner wieder nicht. Die letzte Version ist eigentlich relativ ähnlich, beziehungsweise wir hatten sie auch ganz am Anfang schon mal kurz besprochen, nämlich standen wir vor der Entscheidung, ob wir den Schleifschalengriff nehmen oder den Tiger-Team-Scheinwerfer. Bei der Version würde ich dann tatsächlich den Schleifschalengriff wegnehmen und dafür dann Tiger-Team ausrüsten, auch im Sinne der Mobilität, also für die Beweglichkeit, mit dem Nachteil natürlich, dass die Zielstabilität ein wenig darunter leidet, aber auch das zu verkraften im Nahkampfbereich. Ihr merkt es wahrscheinlich so ein wenig selber, bei dieser Waffe hat man grundsätzlich erstmal zu viele Aufsätze, die man ausrüsten muss, und im Endeffekt dann ein Slot zu wenig, um nochmal ein Visier auszurüsten, weil man halt ums Ironside irgendwie drumherum kommen muss. Das sind aber jetzt, wie gesagt, alle meine unterschiedlichen Varianten gewesen der Waffe. Ich hoffe, euch hat das ganze Video hier irgendwie gefallen, falls es so war und dir auch weitergeholfen hat. Zeig's mir, gebt mir den Daumen nach oben, schreibt mir unten in die Kommentare, ob ihr die Lapa schon freigespielt habt, und vor allen Dingen auch, welche Variante ihr davon bevorzugt, also welche Aufsätze nutzt ihr für die Lapa. Mich würde es interessieren. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein! Bis zum nächsten Mal.